Hi, hi und herzlich willkommen zurück in der Tour. Dieses Mal aus Tirol oder aus den Tiroler Bergen. Ich werde heute begleitet durch meine Frau Antje und Ewald. Wir wollen eine zweitages Bergtour machen. Wir sind unterwegs zur Klunketzer Hütte. Da geht es ordentlich bergauf und dementsprechend gibt es bestimmt auch richtig geile Aussichten. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, wenn auch du neugierig bist oder einfach uns begleiten möchtest hoch in die Tiroler Bergwelt, dann ja, bleib einfach dran. Einmal Ewald. Grüß euch. Einmal Antje. Schönen guten Tag. Und meine Frau wie immer noch mit dem Rücken. Jetzt auf Schwäbisch. Komm. Einmal Schwäbeln. Ich bin kein Schwab. Ich bin kein Schwab. So schau es noch aus. Nach den ersten 20 Metern hochmotiviert. Wow, was für eine Aussicht. Kostüm. Ja, ich bin kein Schwab. Ja. Aber es war eine kleine Tiroler. Bei einen Knattern. Ja, ich bin kein misery. Ich bin kein schwab. Ich bin kein Sch Sommer. Ich bin kein Schöbel. Ich bin kein Zeiger. Ich bin kein Schöbel. Ja, ich bin ein Schöbel. Es ist eine kleine Rieger auch. Ist das nicht der Hammer, oder? Ist das saustark, oder? Gigantisch. Einfach nur gigantisch. Gerade festgestellt, wir nähern uns jetzt der Baumgrenze. Hier wird es dann richtig nett und interessant. Und wir haben ein gigantisches Wetter erwischt. Fast überstellt. Und wir haben ein gigantisches Wetter erwischt. Und wir haben ein gigantisches Wetter erwischt. Und wir haben ein gigantisches Wetter erwischt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020